hallo und willkommen wieder zu einem etwas anderen video auf meinem kanal ja ich weiß heute wieder kein gameplay video bitte schaut euch das video bis zu ende an leute es kommt heute wieder keins weil ich echt wieder viel stress habe und ich werde mich auch gleich nach dieser aufnahme an die nächste aufnahme setzen für morgen damit ich dass da morgen wieder ein normales gameplay video kommt von minecraft und ich bin auch gerade momentan am arbeiten für auf mein zweitkanal also herocrafter 2 ich blende es nochmal ein folgt da gerne rein an einen retalk video wo ich wieder also wo ich über mein leben rede dass dann das erste video online kommt und ich hoffe ihr seid auch da am start also aktiviert hier die glocke auf diesen kanal herocrafter und auf mein zweitkanal herocrafter 2 die glocke damit ihr keine weiteren videos verpasst und es tut mir wirklich leid dass heute kein video kommt keine richtiges aber ich setze mich gerade dran dass ich beide videos mache diesen retalk video und dann halt das gameplay video für morgen also leute ich hoffe ihr habt noch einen schönen tag und dann sehen wir uns dann morgen beim gameplay video von minecraft dabei und ja dann haut drin bis dann und ciao leute